Du wirst langsam ungeduldig? Gut, wir auch. Denn im Klima ist es absolut egal, wer Spitzenkandidatin ist. Gerichtsurteile deckeln keine Mieten. Applaus und nette Worte erhöhen kein Gehalt. Und eine gut ausgeleuchtete Talkshow mag kontrovers sein. Sie ändert... nichts. Veränderung braucht dich. Wir brauchen dich. Jetzt. Wir brauchen dich, um eine bessere Gesellschaft zu bauen. Die Steuern, Einkommen und Vermögen gerecht verteilt. Die Menschen mit Millionen in die Verantwortung nimmt. Und Millionen Menschen mehr gibt. Eine Gesellschaft mit Respekt. Respekt vor Kindern, Eltern, Alten, vor Kranken. Respekt vor denen, die Hilfe brauchen. Oder einfach nur mit uns hier leben wollen. Eine Gesellschaft, die Mitgefühl zeigt. Wir brauchen dich, um endlich ein würdevolles Gesundheitssystem zu schaffen. In dem Pflegekräfte für Heilung sorgen können, ohne selbst krank zu werden. Wir brauchen dich, um Waffenexporte zu stoppen. Denn wenn wir Waffen liefern, befeuern wir Konflikte, Krieg, Leid und Flucht. Wir brauchen dich, um gute Arbeit zu schaffen. Wer ständig Angst vor Kündigung und Armut hat, kann keine gute Arbeit leisten. Wir kämpfen dafür. Wirtschaft muss der Gesellschaft dienen. Nicht andersrum. Wir brauchen dich, um das Wettrennen mit der Klimakrise zu gewinnen. Unsere Gesellschaft muss sich schneller wandeln als das Klima. Wir müssen global denken und radikal handeln. Für einen Wandel, der niemanden zurücklässt. Der Hoffnung gibt und sozial gerecht ist. Die Uhr tickt. Wir brauchen dich. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt. Die Linke. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich.